Neue Handelswoche, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolframm von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading Chance. Wir sind im Bereich der Energierohstoffe und haben Rohöl als System Trade auf der Agenda und dem wollen wir uns so gleich widmen, aber natürlich wie üblich schauen wir zunächst auf die rechtlichen Hinweise, denn die gelten heute auch wieder. Unterwöchig-saisonaler Chart von Rohöl und wir sehen, dass montags die Kombination Montag-Dienstag die beste Zwei-Tages-Kombination ist, um auf der Short-Seite aktiv zu sein und das ist die Zwei-Tages-Kombination, die für die Long-Seite am schlechtesten ist und netto deutlich Geld verliert. Das heißt also, wir setzen montags und dienstags in dieser Kombination immer auf die Short-Seite systematisch. Das wird natürlich in vielen Fällen auch nicht funktionieren, aber in Summe funktioniert es so oft und vor allem wenn es funktioniert, dann so stark, dass man ordentlich Geld damit verdient. Das Ganze kann zum Beispiel umgesetzt werden mit einem Turbo Open End. Die WKN lautet HB8A4B, HB8A4B, Einstieg Markets doch bloß 1 Euro und Exit wäre hier Handelsende Dienstag. Das war es für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. HB8A4B, HB8A4B, HB40A4B, HB8A8B, HB9A4B, HB亲 x XW0A4B, HB940A4B, HB AMT, HB940A& DEN amis, Gesundheitsöm KGB X5OB1. HB4B, HB4 40A4B, HB331, HB440A1.